Ich möchte nur noch teilen, was mir jetzt gerade noch dazu eingefallen ist und das widerspricht aber dann ein bisschen dieser Rahmenansetzung. Die Frage, ob der Mentor sozusagen in diesen Schuhen, in denen der Mentee gerade gehen möchte, ob der sozusagen dort an diesem Pfad schon einmal quasi gegangen sein muss. So eine ganz klassische Frage, die auch beim Projektmanagement ja immer wieder auftritt. Also muss der Projektmanager sich inhaltlich auskennen oder quasi kann er die Prozesse managen? Und da würde ich fürs Coaching und auch für Supervision ganz klar sagen, du musst nicht unbedingt dort gewesen sein. Ja, ich meine, das schadet manchmal nicht. Das verdeckt aber natürlich manchmal auch den Blick auf verschiedenste Dinge, wenn man sozusagen, wir nennen das Feldkompetenz, also wenn du genau das selber schon gemacht hast, dann bist du vielleicht auf vielen Ecken genauso blind wie dein Klient. Und beim Mentor würde ich jetzt argumentieren, dass man vielleicht argumentieren kann, dass du das schon gemacht hast oder diese Art von Erfahrung zumindest schon gemacht hast oder Branchenerfahrung hast oder halt, was weiß ich, zum Beispiel Führungserfahrung in genau diesen Herausforderungen, die dein Mentee hat, mitbringst.